... zu verstecken. Es fehlen noch zwei Komponenten. Zündmittel Isotop 239 und ein Satz Schubkontrollmodule. Das Zündmittel ist hochgradig radioaktiv und zersetzt sich schnell. Daher können wir die Leckenfässer auf der Startrampe nicht verwenden. Das Zeug ist nicht mehr stark genug. Sie müssen einen intakten, abgeschirmten Behälter des Zündmittels finden. Die Schubkontrollmodule wurden speziell für diese Raketen entwickelt. Ohne sie starten die Raketen nicht. Ich mach mich auf die Suche nach dem Zündmittel. Ich suche die Schubkontrollmodule. Ich hab noch weitere Fragen. Zündmittel. Sehr gut. Wir brauchen nicht viel. Zwei bis drei Liter sollten reichen. Hilft uns dieses Raketensouvenir? Da drin leuchtet irgendwas. Zeigen Sie mal. Ja, das ist das Zündmittel. Aber wir brauchen mehr von diesen Dingern. Insgesamt fünf sollten reichen. Wir wissen ja, wo es solche gibt. Können Sie meinen Tipp für eine derzeitige Aufgabe geben? Rebcon wurde so oft von Sammlern geplündert, dass man nicht sagen kann, wo die Komponenten auftauchen könnten. Wenn sie überhaupt auftauchen. Riesen hat Industrieruinen im Osten erwähnt, die angeblich hochgradig radioaktiv sind. Zeit, dass ich gehe. Bis später. Erstmal speichern. Oh ja, ich stehe auf speichern. Und dann nehmen wir den Schnellweg hier hoch. Der ist um einige schneller, als dass wir da alles zurücklaufen. Da kommen wir auch direkt hoch ins Ödland. Und jetzt begebe ich mich bei Schnellreise nach nach, nach, nach Novak. Ja. Und dort werde ich mir wieder verkaufen, denn ich bin randvoll. Werde meine Kleidung ablegen, die ich nicht mehr brauchen kann, weil sie einfach, ähm, total kaputt ist. Meine Metallrüstung. Boons Frau, oder wie auch immer, das sollen wir auch noch hier erklären. Das Verschwinden. Aber, ähm, naja, ich finde ja nichts. Schrank. Waffen, Stoßstangen, Schwert, werde ich da lassen. Ähm, okay. Ach ja, wegen den Sachen muss ich an meinen Kleiderschrank. Dort lege ich ab. Metallrüstung, die ist einfach kaputt, richtig kaputt. Und dann noch meine Lederrüstung. Die verstärkt werde ich anziehen. Und, ach ja, wegen überladen, das hat sie jetzt auch geklärt. Also, Moment. Ja, doch, passt. Gehen wir in den Laden Dinobite, glaube ich. Oder Geschenke laden. Dinobite, Geschenk laden. Ich habe Sachen zu verkaufen. Hallo. Willkommen zurück. Was kann ich für Sie tun? Sachen verkaufen. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Sicher, mache ich. Splittergranaten. Hm, verkaufen oder nicht? Ich behalte sie erst mal. Ist ja nicht so schwer. Sonstiges. Putzmittel, Zündflammen, Wunderkleber, Stromleiter, alle, Shuttle-Zigaretten, Lackierpistolen, Kennspaltungsbatterien. Hast du was Schönes für mich übrig? Hm, weil sonst funktioniert das hier nicht so ganz. Eins könnte ich mir mal vorstellen, ich will eine Munition kaufen. Überladung. Hm. Nimm mich mal mit. Moment. Ich habe mir kein Spaltungsbatterie mitgenommen. Ähm. Waffen. Ja, habe ich schon gesehen. Ich denke mal, Red Away werde ich jetzt mal brauchen. Stark verstrahlt, hat er gesagt. Ähm. Turbo, nein. Hydra. Nein. Das habe ich ihm ja. aufbereitetes Wasser, kaufe ich mir was. Okay. Dann passt es auch schon. Munition hat er ja leider nicht mehr. Da habe ich ihm alles abgekauft. Akzeptieren. Bis dann. Ähm. Ich würde gerne alle die Raketensouvenirs kaufen. Wollen sie eine Runde? Ah, Raketensouvenirs. Können wir hier kaufen? Wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Dinger mal loswerden würde. Äh, ich meine, zu einem so niedrigen Preis. Ich habe schließlich jede Menge Angebote für die Teile bekommen. Aber ich mag sie. Vielleicht ist es an der Zeit. Sie können alles haben, was hier steht. Sie bekommen den Schlüssel in meinem Laden. Falsch und 30. Es gibt keine Angebote für die Raketen. Sie können froh sein, wenn sie überhaupt verkaufen. Okay, ich gebe es zu. Die Dinger fangen schon ewig Staub. Sie kriegen sie geschenkt. Naja, fast jedenfalls. Ähm, auf Wiedersehen. Kommen Sie bald wieder vorbei. Plus 30 EP. Und, können wir jetzt da rein? Ich, Schlüssel. Willkommen zurück. Was kann ich für Sie tun? Muss ich dir nicht mehr kaufen? Sicher. Schauen Sie sich ruhig um. Hier denke ich mal nicht. Nein. Sonstiges. Ähm. Ähm. Hallo? Kommen Sie bald wieder vorbei. Schlüssel. Sehr leicht. Hä? Ich hätte gedacht, ich kann da jetzt irgendwie hierher. Soll ich jetzt den Schlüssel suchen oder was, du Ratte? Verkaufen tut er mir ja nicht. Bist du mich verarschen? Hey, Sie sind wieder da. Das nenne ich Kundenbindung. Sei still. Willkommen zurück. Was kann ich für Sie tun? Sicher. Schauen Sie sich ruhig um. Oder hast du die jetzt auch zum Verkaufen? Lagerraumschlüssel. Zehn Grundkorken. Ja, klar kaufe ich den. Das ist ja nix. Also, bis dann. Kommen Sie bald wieder vorbei. Ich denke, wir werden nochmal eine Runde Karawane spielen. Mua. Ha, 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 ha. Ach, wie schön. Ähm. Dinky Souvenir. Alle mitnehmen. Moment. Natürlich. Noch mehr. Alle mitnehmen. Oh, nichts. Na, ist da hinten was? Leer. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Einfach göttlich. Ähm. Okay. Ich könnte ihm den Brennstoff gleich so geben. Aber da fehlt ja noch was. Ich will auch alle Raketen hier schon mitnehmen. Ich meine, wenn er uns das schon so schön freiwillig gibt und er nichts dagegen hat, außer halt, dass ich zehn Kronkorken zahle für den Müll hier, ist mir auch recht. Ich glaube, mit dem kann ich ja nicht viel anfangen. Aber sie ist ein bisschen was wert. Und für das, dass ich die kostenlos bekomme. Also sobald ich vier mitgenommen habe, rentiert sie schon. Wenn ich die verkaufen würde und natürlich den gleich Preis bekomme. Wir räumen alles aus. Nein. Die armen Dinos dürfen ja nicht alleine sein. Bei dem Gauner, der uns das ganze Geld abknöpfen wollte. Alles weg. Verkaufsautomat. Das nenne ich Erfolgsgeschäft. Aber mal so richtig. Wie viel habe ich denn jetzt von denen da drin? Raketen. 161. Und Dinos? Dinos 279. Hallo. Willkommen zurück. Was kann ich für Sie tun? Sicher. Schauen Sie sich ruhig um. Angenommen. Ich würde mir jetzt die Dinos verkaufen. Mal angenommen. Was gibt ihr mir dafür? Ziemlich viel. Die will ich aber jetzt nicht. Aktion abbrechen, natürlich. Kommen Sie bald wieder vorbei. Ja. Geld der Abschneider.